Musik Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Star Wars Battlefront Und ihr seht es schon, wir sind auf Tatooine auf einer, ja, halb neuen Map Nämlich dem Tuskenräuberlager, wenn man so will Und Arch-Anthel möchte mein Partner sein, nehme ich mal an Denn, der liebe Arschenente und auch der liebe Irrbenzocker, sie sind wieder mit dabei Hallihallo an der Sparte Hallo So, wir spielen Abwurfzone, so rum Und eigentlich soll ich ja hier einen anderen Blaster wählen Aber ich glaube, dann verhaue ich es nur Deswegen bleibe ich erstmal jetzt bei dem hier, bei der EE3 Räuberlager, das ist es Kennt der ein oder andere aus der Tutorial-Mission Und es ruckelt schon wieder so extrem Warum, warum tut ich das? Jetzt geht's Warum tut es dir dies? Wieso tut es dies? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen außer Form Er macht zwar immer noch die meisten Kills, aber er ist außer Form Ja, weil ich die ganze Zeit Nein! Unser Pfeilsender hat die Position einer weiteren Rettungskapsel übermittelt Nein! Nein! Ich bin da, ich bin da Ja, ich bin runtergerutscht Nice Irby hat's Au! Irby hat's Kritischer Kill ist es Find ich gut Nein! Oh, überall waren Feinde, das gibt's noch nicht Nein! Okay, der Einstand hätte schon mal besser sein können Der Einstand? Der Einstand Der Einstand in diesem Map So, was? Woo! Explosiver Schuss Nice Ich kann gerade nicht bei dir starten, leider Ja, immer noch nicht Nein, es hat nicht gereicht, scheiß Wir müssen das Ding einnehmen Wir müssen hier hin Okay, ich hab niemanden getötet bis jetzt, alles klar Okay Wieso kommen bei mir die ganzen Feinde links und rechts immer wieder sind da Feinde? Aha, es sind zu viele Wenn ihr sehen könntet, wie die Frames gerade hoch und runter rutschen Nein, coming from behind Das ist der Wahnsinn Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hab gerade das gleiche Problem wie bei Battlefield damals Dass dann Früher alles ganz, ganz easy war Und inzwischen ruckelt's dann immer wieder Wir haben das Gebiet im Bereich der Rettungskapsel gesichert Ach, ruckelt's immer noch? Ja Dies ist natürlich nicht so schön In die Position einer weiteren Rettungskapsel Lass nicht zu, dass mir der Rebellenallianz in die Hände fällt Woohoo Oh Da ist ein dreckiger Rebell Ab ihn Ich hab mal in der Kontaktmine dahin geworfen Oh, jetzt hat er doch wieder rasiert Ah, 9-2, jetzt bin ich im Business Ich bin He's back in business Back in business of life The Marble Facken, was sind wir eigentlich? Wir sind Rebellen, ne? Ach nee, wir sind Sturmtruppen Boah, wir sind das Almighty Empire Die Empire Strikes back Yes indeed And we will crush the Rebel Alliance Nice Das hat ganz gut geklappt gerade Das war ein sehr, sehr nettes Teamwork Ja, bei mir auch Das war ganz nice gerade, würde Sergeant Max sagen Das war ganz nice Das war ganz nice Partner gerecht Ich hab tatsächlich gerecht Du kannst bei mir spawnen Ach, du bist bei mir gespawnt Ja, ich bin bei dir Leute, wir müssen uns die Kapsel holen Oh no Oh, ich schieße doch nicht, hoffe ich Ich bin ein Freund Achtung Arsch, der bei dir ist einer Ich bin tot, ich bin tot Alter Kann ich bei dir spawnen? Jetzt Warum spiele ich dieses Spiel eigentlich noch? Warum nehme ich doch auch auf? Warum mache ich so'n Scheiß? Oh no, der war für die Grenade Ich bin schon wieder trüben Na, kriege ich ihn? Leider nein That's very slack Very slacken Wow, 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 wow Da hat er mich aber nice erwischt Da muss ich ganz ehrlich sagen Da hat er mich nice erwischt Von wo denn, Alter? Von überall Ja, echt, ohne Scheiß Ich kann mich kaum bewegen Oder dass ich gleich irgendwo wieder zertypt werde Ah, Mist, hab ich nicht ganz erwischt Leute, die haben sie gleich, ne? Nein, sie haben sie gleich Egal, ihr kommt zurück Wir achten einfach darauf, wo die nächste ist Und nutzt eure Jetpacks Habt ihr alle Jetpacks? Ihr beiden? Da kommt eine Aber ich nutze sie nicht Hä, was? Hier war alt, als ob Da war, da war einfach Da war eine Wand Da war eine Wand In der Luft Okay Und ich hab so irgendwie das Gefühl Dass ich auch weiß, warum da eine war Warum? Ähm Es gibt doch in der ursprünglichen Map Diese Diese kleinen Geheimnisse Ah, da war ein Ruckelzum Es hat so geruckelt Warum gibt's die Framedops? Oh mein Gott, warum Da waren die verdammten Framedops dran schuld Oh Mann Verdammt, der verdammtes Bomb-Punkt schuld Ohne Witz Gleich ist die Rettungskapsel in der Hand Kann es sein, dass es jetzt viel, viel kürzer dauert Eben, wenn man das einnimmt Äh, bis man, also dass man nicht so lange mehr braucht Die ding nicht so aus, ne? Dies düngt mich Achter, warum Drei Stück hier Ich weiß es nicht Ist das hier, äh Die Warteschlaufe, oder wie? So, jetzt nehme ich auch mal was ein hier Zack Ne Ne Ich sitze in der Arme, wo ich eingenommen Woah, da kamen wir gerade zwei angeflogenen Hin Bin ein bisschen Troubled Bin ein bisschen Troubled hier Aber noch geht's gut Irby will nicht mehr Irby hat keine Lachse Last mehr Aber wir haben es gleich Wir haben es gleich, Leute Wir haben es gleich, es ist gleich safe Right behind you, Giga Boah, als ob der mich weggenatzt hat Mit der Impulskanone Ich fass es nicht Ich fass es nicht Nose Alla, diese Töte ihn Töte ihn, Druide Diese Impulskanone Druide haben sie aber auch echt scheiße gemacht Dies sind Strohdum Diese imperialen Druide Kann es sein, dass das Jetpack jetzt länger braucht? Ja, Arschende, lenk ihn ab Er ist tot Okay, nice So kann man es natürlich auch machen Berge zwei Kapseln Oh, was ist mit dem los? Guck mal, der ist gar nicht tot Der lebt doch Der stellt sich nur tot Er stellt sich tot Er tut sich tot stellen Er tut es sich tot stellen Wie die Tasten dabei sind zu, ey Ja, hier ist die Wand Die Rebellen sichern das Gemüse und die Rettungskapseln Wir müssen sie stoppen Nein, der Der ist in Ruhe Kommt schon, das können wir noch einnehmen Nice Nice Bist du was, Leute? Nein, als ob der mich gekriegt hat Der hatte doch vier Leben Ah Das ist die beschissenste Runde Warum nehme ich das überhaupt auf? Ich nehme das nach I don't know, I don't know Ich weiß es nicht Aber wir sind am Gewinn, oder? Ja, schön Aber ich kann kein 50 Meter Die Rebellen sichern das Gebiet und die Rettungskapseln Wir müssen sie stoppen Leckt mich Der glitch ist Der glitch ist real Ich mache nur Quatsch Ich mache gerade nur Quatsch Ich mache nur Quatsch Ich mache nur Quatsch Hey, ich treffe einfach nichts mehr Ah, Hilfe Ah, doch Ah, doch Ich treffe was Ah, da Theoretisch muss es der umgefallen sein Das kann doch nicht sein Warum lebt denn der noch? Ich habe doch jetzt eingetötet Der war Oh, linkt, 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 linkt Da kämmt einer Sind wir immer noch bei dem da? Ja Rank Oh, ich bin fast tot Das glaube ich tot Ah, das ist noch gar nicht möglich, Alter Hä, ich war noch hinter dem anderen Das fehlt Hat er ganz gut reagiert Hat er ganz gut Wow, wow, wow Von wo kam der denn? Ah, das war eine Granate Alles klar Nice Okay Können wir es wieder einnehmen? Schaffen wir das? Wow Oh, hoppala Können wir es einnehmen? Geht das? Schaffen wir das? Ich bin tot Es gibt zwei Es gibt zwei Wow, ach komm schon Warum? Oh Mann Das hat er mich auch noch bekommen hat Leute Nein Das ist doch nicht normal Die ist weg Die ist weg Oh no Egal, dafür halten wir die hier Ja, wir hätten jetzt einen Zack zumachen können Ja, das stimmt Jetzt steht es wieder 3-3 Die kommt von unten Als ob Als ob Was leckt er da so rum? Was leckt er da so rum? Der leckt er Wieso leckt er so? Ich sage ja Die Glitschen in der Gegend rum Wir haben die Rettungskaste sichergestellt Die spielen nicht fair hier Ach, weißt du Ich habe wenigstens einen bekommen Ich habe sie auch gesehen Die Glitschen so extrem Das gibt es ja gar nicht Ja, natürlich ist schon einer da Ja Wieso auch nicht? Oh ja, da hat er seinen Blaster aufgeladen Gecharged Ja, natürlich sind direkt 3 Leute hinter der Als ob der mich zweimal trifft und ich bin tot Ich habe vorhin einen angeschossen Der ist nach dem zehnten Mal nicht umgefallen Jo, okay Okay Ich kann schon gar nicht raus Ich glaube, die sind verfickten Spiel Seit die dieses genervt Seit die das Diesen Patch rausgebracht haben Das sind wir nur noch scheiße Meinst du? Also ich muss sagen Einige Sachen waren halt wichtig Dass sie genervt worden sind Alter, man Ja, ich weiß nicht, dass man alles nerven muss Es ist ja nicht alles genervt Und wenn dann betrifft es Nein, ist es nicht Aber es betrifft ja auch die anderen genauso Ich kann es halt dann trotzdem nicht fassen Dass manche das hier so schleifen lassen Der Typ hat zum Beispiel das Ding gerade richtig schön eingenommen Und dann macht er eigentlich alles wieder zunichte Ich nehme das jetzt ein Ist mir jetzt egal Ja, ich bin tot Ach komm schon, ernsthaft Euer Ernst Ach komm, ich kann nicht mal starten Ach und jetzt kommt da eigentlich einer von hinten Mit seinem verdammten Impulskanone Oh, die Schnauze ist noch voll Und dann scheiße Ja, er was Er macht mich mit einem One-Hit-Blood What the fuck It's a rage round It's a rage It's a round full of rage Ich spiel echt nicht mehr Nee, das ist Ich weiß nicht, woran es liegt Nee, das ist einfach Das ist einfach Das ist einfach Einfach wieder mal Rebellen vor noch ein Tor, ne? Ach, genau das ist es Ach, genau das ist es Von wo denn? Ich hab's Nein Jetzt lad doch auf Ich brauche halt echt Unterstützung Weil sonst nehmen die das Ding hier gleich echt ein Ach, Irvi ist da Okay, Irvi ist da Ja Oh, sehr gut Warst du das, Irvi? Nice Oh mein Gott Halleluja Das war schon echt knapp 25 25 25 Ja 24, 13 Aber immerhin gewonnen Immerhin gewonnen Und sogar Unter den Top 3 Ja, ist schon mal nicht schlecht Alter, Leute Das ist es gewesen Das war eine sehr brisante Runde Äh, Dropzone Mit vielen Emotionen Ja, Spannung pur Aber am Ende konnten wir siegreich sein Das Imperium schlägt zurück Abermals Joa, und wenn es euch gefallen hat Freue ich mich über eine positive Bewertung Schaut auch bei Urban Circus vorbei Der macht auch Tool-Videos Und der Eichneter, den findet ihr zumindest auf Twitter-Redidder-Redu Yeah Und die beiden sind sicherlich auch in der nächsten Runde wieder mit dabei Das soll es gewesen sein an dieser Stelle Ich sage, good game, macht es gut Und bis dahin Euer GigaGrevy Ciao, ciao Tschüss Tschüss